so da sind wir auch schon wieder gucken mal das hier war wirklich nicht mein plan als ich sagte ich will nur was wir hier so abreden können anscheinend nicht viel ja er ist ein krieger ich weiß ich hasse es trotzdem der kampf gegen den kult ist hart so ein punkt können wir noch vergeben was mache ich jetzt ein bisschen kräuter die sammeln da gehen wir mal wieder oben hoch alles steht zum verkauf bis auf rimax trommel das ist nicht genug wie viel habe ich denn überhaupt wir können wieder sachen verkaufen viel spaß damit aber zweifeln wir mal wieder danke danke so 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 Viel Spaß damit. Ein gutes Geschäft. So, okay. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. So, aber wir outfitten uns mal. So, okay. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Ich glaube, ich habe sie. Endlich da. Der Bergtümpel. War ich hier nicht schon? Ach, nach unten. War ja klar. Ich muss vorsichtig sein. Upsala. Okay. Ah, war ich nicht schon? Ah! Ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Ah, wir haben noch hier ein... Lagerfeuer? Lagerfeuer? Tue mal hier ein anderes Outfit anziehen. Lagerfeuer? Lassen wir das mal. Können wir irgendwas abwienen? Ne. So, gehen wir mal weiter. Gold können wir mal gebrauchen. Oh! Vorsichtig. Ich sagte doch gerade vor... Ah! Wir sind ganzer. Und wir sind wieder. Wir sind wieder. Ja. Wir sind wieder. Wir sind wieder. Er ist ja. Wir sind wieder. hier sind glaube ich noch mehr auf der richtigen spur ok vorsicht nicht nicht Falle mich bald. Nein! Hup! Scheißzeste! Vorsicht! Ich hätte... Egal. Vorsicht! Wir sehen uns ... Wir sehen uns im Laufe Reif. Wir sind ein neues Bord. Kommen mehr von denen? Oh, hier gehts durch! Gut! Oh! Hätte man ja noch vergessen! Da ist das Tor, das ich öffnen muss! Oh! 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 Viele! 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 Ach! Zu viele! Oh! 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 Ah, zu langsam. Ich muss mehr aufpassen. 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 Mal gucken. Ich muss mehr aufpassen. 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 Ich muss mehr aufpassen.